hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde auf der p-map ja heute mal was ganz was anderes denn wenn ihr in wie heißt das abhoff hier im münchweiler genau und wenn ihr unterwegs hat und ich habe mal keine brücken drauf macht das mal weil da zeige ich jetzt was passt mal auf meinem damen herrn nämlich hier an diesem rastplatz zeigt sich noch mal auf der karte das ist dann hier mein punkt ist da stehen nämlich zwei schöne brücken und für die leute die jetzt einfach mal mal üben wollen nicht nur an die rampe fahren oder irgendwo hinten rein rumpeln frachtabland das was wir jetzt eigentlich in öfters schon gemacht haben sondern hier geht es darum denn hier auf dem parkplatz stehen nämlich zwei standmodelle von sebastian sebastian seine brücken zwei dhl brücken da stehen sie pass auf die kurve da stehen sie guck mal wie sie da schien so schön hintereinander und hier könnt ihr einfach mal üben so wie meine einer hier einfach mal unten rein zu rumpeln das ist so ein bisschen das ziel dieser geschichte hier ich muss das mal gucken jetzt hier bestimmt keiner der gut ist schon mal gut ansonsten müssen wir ein traffic ausmachen damit wir unsere ruhe haben zum üben und da muss das runterfahren und das könnt ihr zu hause einfach mal ausprobieren ich werde das hier anhand meines testvideos mal probieren das geile ist jetzt natürlich du siehst jetzt aufgrund der brücken ein bisschen was das ist das ist ja schon mal was feines weil er nicht anders weil du keine guten drauf hast das heißt du siehst einigermaßen wo lenkt der hobel hin da wird es natürlich für den einen oder anderen etwas leichter sein ich werde mich nach wie vor schwer tun da bin ich mir ziemlich sicher aber hier kann man das einfach mal üben so fast so fast fast weil diese brücken hier steht es sind wirklich die originalbrücken von sebastian also die müssten auch von den grundmaßen hier passen damit die unter der brücke passen man muss bloß richtig hinfahren so eine scheiße mit der scheiße sich für jede rose hier zum glück steht jetzt hier nichts wir stehen natürlich auch noch ganz normale autos hier und lkws die ihre pause machen und dann jetzt ist halt so dass die autos immer wieder dass ich neu platzieren meine ich wenn du hierhin kommt es kann sein dass der lkw steht wo ich jetzt hier gerade stehe nur mal so zur info ich werde es einfach mal probieren mal gucken ob ich irgendwie reinkommen aber ich gehe mal schwer davon aus dass voll in die hose geht ja es geht voll in die hose also eine scheiße mit der scheiße ich doch jetzt später hier heute kacke ich mache mal schnell die lichtachse hoch weil ich habe ja nichts drauf also die lichtachse hier vorne und der zugmaschine eigentlich muss ich ja also für den ein oder anderen freue ich der das hier öfters macht wir denen wird das pille palle sein bin ich mir ziemlich sicher weil sie ist hier eigentlich alles die abstände müssen aufpassen aber normalerweise musst du hier richtig gerade runterfahren oder meines wissens oder richtig schön gerade aber sonst klappt das nicht oder wie war das ich habe das immer bei sebastian vernünftig gesehen bei youtube und wenn du so fährst buff macht es natürlich puff logisch ich will mal kurz gucken ob wir schon platz haben dafür dann wie wir da platz haben guck hier also du kannst ja voll voll runter rümpeln und muss da nur gucken dass du richtig rein rein kommst ja ne so eine scheiße mit der scheiße ich habe es gewusst dass das wieder in die hose geht hier nächstes hast du platz platz wäre ja da ne ich habe das gefühl das ist ja noch schwieriger wie alles andere vor allem weil du ja hier komm ich ja nicht um die kurve ist eine scheiße mit der scheiße muss noch mal nach vorne ein stück du kommst du auch kein lkw und nichts so nochmal mal kleine bewegung heißen meine kleine lenkbewegungen machen nur noch kleine jetzt muss ich aber langsam rüber hier warum ja mit der mühle ja langsam rüber also daher sieht das ist naja gut es ist jetzt hier noch vorne also sieht was ich meine wenn du richtig schön gerade drunter fährst dann ist das möglich dass du hier reinkommst aber das musst du halt üben 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 das geht nicht einfach mal so hier so und ich habe das wohnmobil kaputt machen denn so eine kiste ist richtig teuer das kann ich euch schon mal verraten deshalb nicht dagegen fahren nein jetzt bin ich doch da jetzt bin ich echt bin ich echt schief hingefahren jetzt kann doch nicht sein ich war gerade so schön drin ich war doch schon drin auch guckte diese scheiße an mit der scheiße jetzt bin ich echt da bin ich echt verkackt das blöde ist das was der vier stützen und dieser scheiß kiste vier verkackte stützen die überall kannst du hier anrennen siehst du bin ich jetzt angefahren hier ja ich bin stehe schief drin hinten an der stütze und das geile ist dass du verschiebst die brücken kann sein ne du verschiebst die brücken nicht aber die steht auch ein bisschen versetzt da naja umso beschissen jetzt habe ich natürlich meine kiste ach du kack jetzt heißt er verkeilt ach du scheiße jetzt komme ich nicht mal mehr raus ach du scheiße mit der scheiße ich brauche eine neue lafette jetzt komme ich lieber mehr raus hier ach du scheiße ich muss mal aussteigen naja weil die kiste hier schief steht das habe ich jetzt nicht gesehen also musst du hier ein bisschen schräg rein fahren ach du scheiße jetzt bin ich ja voll am arsch jetzt häng ich vorne fest und hinten genau ich bin von hier gegen gefahren und deshalb ich muss mal gucken ich habe nie hier die scheiße mit der scheiße die ganze brücke mit noch mal weiter vorfahren ich komme nicht mehr raus jungs und mädels kann vergessen ok scheiße mit der scheiße ok 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 ja moment wir probieren es noch mal der bau hat noch eine chance hat er noch also man kann es ja immer wieder mal versuchen das ist ja das coole mit der flycam kannst du es wieder mal probieren aber ihr wisst jetzt ungefähr was ich meine ihr könnt das gerne mal machen ihr könnt mir das video gerne wieder zuschicken oder der eine oder andere markiert mich ja dann immer gerne auf seinem youtube kanal probiert es mal aus die brücken stehen immer da probiert es einfach mal aus dass ihr da rein kommt ohne dass ihr dagegen rumpelt und einfach mal so zum just for fun zum testen ich bin ja echt also ich bin ja echt raus kein scheiß jetzt ich bin jetzt schon wieder zu komplett falsch falsch wie falsch ich habe keine luft auf der kette mehr hier Luft wenn ich hier mit original luft fahren würde ich würde ja permanent stehen ich würde gar nicht mehr fahren können wie schwierig an der geschichte ist du kommst jetzt vielleicht gerade ja aber hinten steht diese scheiß zweite brücke ein bisschen schief ich weiß gar nicht ob man das schafft dahin zu kommen ein stück vor jetzt schon gerade 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 aber hänge ich denn jetzt hier scheiß als die lafette und jetzt muss ich eigentlich schräg nach hinten noch ein bisschen das geht gar nicht ne weil du dann hier spät ist hinten festhängt oder jetzt mal vielleicht für die für die könne unter euch kommt man hier hat man die möglichkeit dass überhaupt reinkommt weil du hier bin jetzt gerade einigermaßen gerade drin aber hier hinten hängst extra hier an ist das möglich ansonsten müssen die jungs von rpm das nochmal hier gerade ziehen das wäre nochmal ganz interessant einfach mal so zu üben wenn ich probiert es mal aus ob ihr das zuhause sagt also ich bin da raus es gibt bestimmt wenn du hier irgendwie schräg rückwärts reinfährst das gibt also habe ich mir ziemlich sicher also das glaube ich schon aber die brücken stehen ein bisschen schief deshalb die frage ist es möglich zumindest virtuell gesehen ja rückwärts rein zu dümpeln also ich bin da echt voll raus probiert es mal aus und da bin ich mal gespannt was am schluss bei rum kommt wenn ihr fragen habt gerne dann im sts forum posten oder dann hier unter dem video kommentieren und dann werden wir da sache mal angehen in diesem Sinn ich wünsche euch viel spaß jetzt lasst einen daumen da abo für kanal nicht vergessen die glocke drücken und viel spaß bei diesem wechselbrücken gedöhnt hier zum testen das verfahren in diesem Sinn macht's gut bis bald und adios